Hallo und herzlich willkommen zu Monster Hunter World Iceborne. Heute möchte ich euch einmal zeigen, was ihr mit den ganzen Schmelztickets anrichten könnt. Dazu geht ihr einmal zu der Verschmelzzita hin oder wie man das auch aussprechen mag und geht auf die Gildenalchemie, die ihr auf der linken Seite seht. Da habt ihr einmal die ganzen Tickets zur Auswahl. Es sei gleich vorweg gesagt, an diese Tickets kommt ihr nur ran, während ein Event läuft. Während das Event läuft, könnt ihr zum Dampfwerk gehen, dort das Dampfwerk benutzen und ihr habt die Chance, die Stahlschmelz-, Silberschmelz- und Goldschmelztickets zu bekommen. Es sei gleich auch noch dazu gesagt, die Goldschmelztickets sind relativ selten da zu bekommen, aber ihr bekommt welche. Ihr seht ja, man kommt da ganz gut an Tickets ran. Was bringen die Tickets? Ihr könnt dadurch Dekorationen bekommen und nicht wenige. Ihr bekommt natürlich dementsprechend, ihr seht schon, die Stahlschmelztickets sind die schlechtesten. Da bekommt ihr die einfachsten Dekorationen raus. Ihr wählt sie einfach aus, macht OK, weiter und dann wird das Schmelzticket benutzt und zack, ihr habt eine Dekoration mehr. Mit Glück habt ihr dann natürlich eine Dekoration, die ihr noch braucht und je nachdem, was für ein Ticket ihr benutzt, umso höher ist natürlich die Chance beziehungsweise nicht die Chance ist höher. Ihr bekommt hier die ganz einfachen, die ein bisschen besseren und bei dem Gold kriegt ihr dann dementsprechend die neuen Dekorationen, die Vierer-Dekorationen. Und die gibt es dann da. Wie gesagt, das einzige Problem ist, ihr kommt nur an die Tickets, während ein Event läuft und dann übers Dampfwerk. Also wenn das nächste Mal ein Event da ist, geht zum Dampfwerk, benutzt es so viel wie möglich und sammelt euch Tickets ohne Ende, damit ihr dann in der Gilden-Alchemie euch die Tickets in Dekorationen umwandeln könnt. Ihr könnt natürlich auch die Tickets so erstellen, beziehungsweise, ja, ihr könnt sie erstellen, aber es kostet euch wieder andere Tickets. In dem Fall seht ihr schon, Silberschmelzticket würde Astral-Ticket oder VIP-Astral-Ticket bekommen, was jetzt gerade vom letzten Event war. Goldschmelzticket könntet ihr mit VIP-Astral-Tickets herstellen. Aber das ist natürlich dann auch dementsprechend recht teuer, um die herzustellen. Also am besten aufs nächste Event warten, dann in die Gilden-Alchemie gehen und die ganzen Tickets in Dekorationen umwandeln. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen weitergeholfen, verstanden, wofür die Schmelztickets da sind, wie ihr da rankommt, wann ihr da rankommt. Und ansonsten würde ich mich natürlich wie immer freuen, wenn ihr ein Like da lasst und über ein Abo würde ich mich natürlich auch freuen. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Also macht's gut, bis dann, tschüss! Bis zum nächsten Mal.